Hallo und herzlich willkommen wieder bei einem kleinen Video von mir. Wieder werde ich euch einen Geheimort zeigen. Keine Ahnung, ob ihr ihn schon kennt, aber kann sehr gut sein. Ich werde euch ihn trotzdem mal zeigen. Ja, komm meine Süße, wir geben mal wieder Feuer. Also, ich bin hier in der Landstucht gewesen, bin jetzt hier einfach gerade hoch, diesen Berg da hoch. Und da oben ist schon ein Geheimort. Den habe ich aber schon entdeckt. Das ist die Hill Street Baustelle. Wieder hoffe ich, habe ich euch ein wenig geholfen. Wenn euch das kleine Video wieder über diesen Geheimort, nicht Geheimort gefallen hat, je nachdem. Also, es war auf jeden Fall ein Geheimort bei mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen, das Video. Und dann sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.